Einen wunderschönen Donnerstagmorgen heute mit dem Silber. Wir schauen in die kurzen Zinsen, also hier die Bundesschätze im FGBS und wir schauen auf den Aktienmarkt in Italien, den MIB. Das alles und gerne auch mehr hier heute Morgen im Live-Webinar. Übrigens auch, weil ich die Frage bekommen habe, wir schauen nochmal aufs WTI. Ich hatte da ja gesagt, da war eine SKS zu sehen und da habe ich eine Frage von einem Teilnehmer bekommen. Wo siehst du da eine SKS? Also eine Schulterkopf-Schulterformation. Da gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Zuvor der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Olaf, Elena, guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, SMS war auch eine Zeit, aber SMS finden wir im Börsenhandel nicht. Also zumindest nicht, wenn wir in die Charts reinschauen. Da sehen wir andere Sachen, nämlich das, was wir zum Traden brauchen. Die Spuren der Teilnehmer, wo wir lesen können, was wir wann zu tun haben. Zuvor der Blick in die Nachrichten für heute. Es passt kaum auf den Monitor. Ich habe erst überlegt, ob ich zwei Seiten mache, aber hi, so wichtig ist das und nicht. Deswegen die wichtigsten Nachrichten ganz oben drauf mit der höchsten Relevanz. Wir haben bekommen um 8 Uhr das Bruttoinlandsprodukt Deutschland für das erste Quartal. Erwartet waren 0,4% Zuwachs. Tatsächlich sind es auch 0,4% Zuwachs. Also hier ist die Analystenmeinung erfüllt worden. Nichts Überraschendes von der Seite. Weiter geht es um 9.30 Uhr mit dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Rund um dieses Event gibt es auch noch ein paar weitere Informationen zu den Dienstleistungen etc. Um 10 Uhr dann auch etwas sehr, sehr Wichtiges, worauf die Wirtschaft bzw. die Börsianer immer warten und ganz genau drauf schauen. Das ist der IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland. Um 10.30 Uhr dann die Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien. Um 13.30 Uhr veröffentlicht die EZB dann den Bericht des geldpolitischen Treffens. Und um 16.00 Uhr erhalten wir aus den USA die Verkäufe neuer Häuser. Übrigens auch um 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Und wieder ein paar Reden seitens FOMC-Mitgliedern. Und was haben wir? EZB genau. Von der Gundos spricht um 10.40 Uhr ist er angekündigt. Also es gibt ein bisschen was von Nachrichten aus der EZB-Ecke. Gestern gab es ja übrigens auch noch die Nachrichten von der FED, also das FOMC-Statement für den aktuellen Monat gab es. O-Ton hier, Inflation im Anzug noch nicht stark genug, relativ schwach. Heißt also Zinsen bleiben erstmal niedrig. Die meisten an dieser Stelle sehen hier allerdings das Ganze weiterhin. Nur temporär warten wir es ab. Auf alle Fälle hier keine Hektik oder Panik an dieser Stelle. Gut, was soll der Markt uns heute bringen? Wir sehen es gleich, wenn wir in die Charts hineinschauen. Hier an dieser Stelle der Blick in die Märkte. Wir haben es gerade auf der Uhr. Hier die Bundesschartsbriefe können wir gut hier bei Tickmill auch traden. Was haben wir? Wir hatten ja vor kurzem den Buchsel hier an dieser Stelle. Das will ich nochmal ganz kurz zeigen hier, was wir hier besprochen hatten miteinander. Da haben wir ja nach diesem schönen Aufwärtslauf hier oben das Umkehrsignal bekommen. Wir sind auch mittlerweile schön in unsere Korrekturlevel reingelaufen. Es bleibt hier interessant, ob wir jetzt tatsächlich schon die Umkehr sehen oder nicht. Ein schönes Bild sehen wir dafür hier in den Bundesschartsbriefen, warum wir sind hier innerhalb dieses laufenden Aufwärtstrends schön korrigiert und haben gestern ein erstes Indiz für eine Umkehr gegeben. Ich sage mit Absicht ein erstes Indiz, weil es ist noch nicht bestätigt. Heißt also an dieser Stelle, wir schauen mal wieder rein in den Stundenchart, um zu sehen, was hier los ist. Ich zoome das mal kurz etwas kleiner zusammen. Also hier sehen wir schön den Hochlauf des Ganzen. Das, was wir hier sehen, ist schön der korrektive Abwärtstrend hier unten. Und hier unten in diesem kleinen Bereich, da haben wir gestern gesehen, da kam Stärke rein. Wir haben hier das kleine Zwischenhoch rausgenommen aus diesem korrektiven Abwärtstrend. Und wenn wir hier jetzt Bestätigung bekommen, dass wir hier den ersten Schub nach oben gesehen haben, was wir jetzt hier haben, ist die korrektive Phase dazu. Und dann nach oben laufen, das wäre dann schön die Bestätigung, also das bestätigte Umkehrsignal, die Umkehr der Nachfrage von unten raus. Und mit Blick in diesen Trendverlauf hier nach oben ist eine kleine Absicherung, ein kleines Supportlevel da. Hier unten um die Marke von 111,975 nach oben hin. Hier hat man Ausbruchslevel, das könnte interessant sein. Hier wartet der Markt ja gerade so ein bisschen drüber. Wenn wir hier auch drüber gehen, das wäre sehr, sehr positiv zu sehen. Die Marke hier bei 112,017. Wie geht es weiter? Hier an dieser Stelle hatten wir einen Tageshoch. Trendtechnisch gesehen, auf diesen Schub nach unten hätten wir dann das nächste Korrekturhoch, wo möglicherweise Korrekturhändler aktiv werden, bei 112,46. Zwischendrin, wie schon gesagt, das Tageshoch bei 112,031. Also hier an dieser Stelle mit Blick in den Tagesschart, das hier ist dann das Tageshoch vom Montag. Als nächster Anlaufpunkt sollten wir nach oben laufen. Das ist wichtig für das Long-Szenario, brauchen wir hier an dieser Stelle auch noch die Bestätigung. Weiter geht es mit dem italienischen Aktienmarkt. Hier Symbol Italy 40. Hier haben wir es drinnen. Schön der Markt im Abwärtstrend. Und jetzt kommt ein kleines Aber. Für den kurzfristigen Bereich haben wir was auf den Blick. Und was? Hier. Ich zoome mal etwas näher ran, mache mal den Chart hier rein und nehme mal kurz diesen roten Strich hier weg. Wir sehen hier zwei Tagestiefs, die um die Marke hier von der 20.480-Punkte-Marke ein bisschen hochgelaufen sind. Das heißt, wir haben hier unten anscheinend, zumindest zeigt uns der Markt das so, einen Bereich, wo immer wieder Käufer reinkommen. Wenn sich das Ganze jetzt natürlich so ein bisschen aufbaut und der Kaufdruck oder das Kaufinteresse weiter ansteigend ist, dann haben wir eine gute Chance hier Richtung Tageshoch zu laufen. Weil gestern haben wir am Tagestief Kaufinteresse bekommen. Und wenn der Markt drüber gehen sollte, dann haben wir tatsächlich die Chance, erst einmal eine Ausdehnung der Gegenbewegung zu diesem letzten Rand nach unten in Richtung hier dieses Spike-Highs bei 20.908 Punkten zu sehen. Aber der Markt ist immer noch abwärts gerichtet. Das sehen wir hier an dieser Stelle. Der Abwärtstrend ist am Laufen. Wichtiges Level als Support wären dann hier noch die 20.377-Punkte-Marke. Das war dieses Low, was wir hier unten hatten, aus dem Aufwärtstrend, der sich hier gebildet hat. Und das ist auch ein Bereich, der ist wichtig aus der Woche heraus. Wir hatten hier in diesem Wochentrend, den wir hier nach oben gesehen haben, ich habe hier mal den Tagestrend eingezeichnet. Das war halt ein Zacken hier unten rein, den wir hier sehen. Da hat der Markt mal ein bisschen inne gehalten hier in der Vorwoche. Das ist also ein Bereich 20.400 Punkte, wo wir durchaus auf Support stoßen könnten. Wenn der allerdings nicht hält, dann müssen wir uns deutlich weiter nach unten orientieren. Und deswegen ist der Bereich, an dem wir jetzt stehen, doch so interessant, weil das ist dann das Quäntchen. Was passiert hier? Ist das hier nur eine Seitwärtskorrektur, ein bisschen über eine Phase, dann wäre das eher ein sehr bärisches Zeichen. Und der Bruch nach unten würde dann möglicherweise einen deutlichen weiteren Abgang nach unten bewegen. Kann man auch sehr, sehr schön im Intraday-Bereich traden. Wir haben es ja besprochen, wenn hier plötzlich an dieser Stelle Schwäche reinkommt, dann ist das der Bruch. Und dann haben wir doch wirklich gute Chancen, hier ins nächste Support-Level, beziehungsweise möglicherweise sogar etwas darunter hinaus zu laufen. Und damit gehen wir zum dritten Symbol für heute. Also der dritte Markt, bevor wir zum WTI kommen. Hier haben wir es, das Silber. Übrigens Gold hatten wir ja auch miteinander besprochen. Das Gold hier an dieser Stelle immer so ein bisschen sicherer Hafen. Da ist momentan die Abplatzdynamik weiterhin noch am Halten. Das heißt, wir sehen hier noch keinen Rebound auf die Oberseite, sondern der Markt hält einfach noch inne hier in dieser Außenkerze. Da ist die Entscheidung sozusagen noch offen. Bricht da weiter rein. Wie schon gesagt, geht der Weg hier gern nach unten. Und dann im Silber. Was sehen wir denn im Silber? Wir haben es im Silber. Vor, ja, letzte Woche ist es gewesen. Hier, schauen Sie euch diesen massiven Schub nach unten an. Der Bewegungstrend, den wir hier haben, der ist voll intakt. Der Abwärtstrend ist mittlerweile zwar ein Stück weit in seine Bewegung gelaufen, aber wir sehen hier immer noch kein Zeichen für einen kräftigen Rebound. Ein kräftiger Rebound hätte hier unten angesetzt und wäre schnell zurückgeschnipst. Das sehen wir nicht. Anstattdessen sehen wir hier eine gewisse, ich will nicht sagen Lethargie, aber es ist einfach eine absolut fehlende Dynamik. Das, was wir hier sehen, ist die Ausbildung momentan zumindest, so eine Seitwärtsphase hier auf diesem Niveau. Das heißt, das wäre hier, wenn man das mal so ist, ein flacher, ein tiefer Kanal, den wir hier haben, weil er befindet sich hier in der flachen Korrektur unten ran. Heißt also, wenn das die Korrektur ist, ist das aktuell eine Korrektur über die Zeit. Wir sehen, die Marktteilnehmer sind nicht daran interessiert, die Kurse ansteigen zu lassen. Das ist sehr, sehr bärisch. Wenn wir hier unten rauslaufen, könnte sich hiermit einiges am Potenzial ergeben für den nächsten Rutsch runter in Richtung 14 US-Dollar-Marke. Wir haben hier unten auch zwei Supports liegen. Einmal hier die 14,06 und hier unten das Band um 13,9, also 13,90 Dollar für die Feinunze. Das sind wichtige Supports und diese Supports, die liegen halt im Markt auch im großen, übergeordneten Abwärtstrend. Das ist das, was wir auch auf der Woche sehen. Und hier stehen wir halt mitten auf dem Weg zum Tief. Heißt also, hier unten sind Supports, die werden guter Wahrscheinlichkeit nach einiges an Beachtung finden, weil diese 13,90 sind auch schon, wenn wir uns das mal kurz auf der Woche anschauen, das ist eine Hausnummer. Also, wenn wir uns das mal von hier drüben anschauen, wir hatten das hier, wo haben wir es hier drüben? Im Jahr 2015 war das das Jahrestief. Meistens sind das Level, die nicht einfach so mit einem Fingerschnips weggenommen werden. Heißt also, an dieser Stelle, das unten sollte schon ein Support sein, wo man auch ein bisschen Gegenwehr erwarten kann. Nur, da sind wir ja jetzt natürlich noch nicht, sondern wir stehen ja jetzt hier oben an dieser Stelle mit diesem Seitwärtsschub. Und wenn wir hier tatsächlich den Bruch nach unten bekommen, wäre das hier der nächste Indiz, dass die Kurse Richtung dieser Supports fallen können. Nach oben hin haben wir einen Widerstand hier am Ausbruchslevel um die Marke von 14,56. Also, das heißt, ein Bruch nach oben hieße dann, die Lethargie lädt sich doch etwas nach oben aus. Anlaufpunkte, wie schon gesagt, hier dann erst einmal der Ausbruchslevel hier oben bei 14,56. Dann werden wir weiter sehen, wenn die Korrektur weiter nach oben läuft. Potenzial ist auf alle Fälle da. Müssen wir einfach mal schauen, wie es hier weitergeht. Das also hier zu den Handelsideen für heute. Und dann gucken wir gleich mal noch ins Öl, weil da geht momentan auch so richtig schön die Post ab. Das, was wir uns hier vorgestellt haben, ist absolut gekommen. Ich muss nur mal ganz kurz den richtigen Chart einschalten. So, hier haben wir jetzt das WTI. Das Ganze hier auch auf Tagesbasis und damit schön zu sehen, wie sich alles wunderbar entwickelt. Wir haben am Wochenbeginn hier über diese Formation hier oben drüber gesprochen. Ich glaube, ich war Montag gewesen, wo ich sogar vergessen hatte, das WTI zu erwähnen. Da hatte ich die Handelsidee vorbereitet, aber nicht so schlimm, alles halb so wild. Am nächsten Tag dann hier, das war der 20.05., hat der Markt uns den Gefallen getan. Neben diesem ersten, sage ich mal, etwas bärischen Signal, das Ganze hier oben und unten noch mit einer sogenannten Umhüllungskerze auszustatten. Und da ist was absolut Geniales entstanden. Hier am Folgetag, wir haben hier die Schulterkopf-Schulterformation, die sieht man im Tageschart, der genau hinguckt und der sieht, was das im Stundenchart ist. Schaut euch das mal an. Hier ein Hoch, ein höheres Hoch und dann ein tieferes Hoch. Das ist eine Schulterkopf-Schulterformation, die sieht man schön in der Stunde. Necklein haben wir hier unten drinnen liegen und damit haben wir dann entsprechend das Signal bekommen. Und gestern Morgen ging es schon drunter, dann kam auch noch der Ölmarktbericht, der nicht ganz so schön war, der hat das dann nach unten geschoben. Wo waren unsere Anlaufpunkte? Wir haben ja gesagt, wenn es nach unten geht, übergeordnet, ist der Markt abwärts gerichtet, haben wir hier den korrektiven Trend nach oben gesehen. Und wo sichern sich die Korrekturhändler ab? Ganz klar, an den Lows im Stundentrend, da hatten wir hier eins gehabt und hier unten haben wir dann schon jetzt den Bereich, den wir haben um die 60,60, der als Support gelten könnte. Wird das Ding hier auch befeuert, dann steht als nächstes die 60-Dollar-Marke mit im Raum. Also hier läuft alles nach Plan, ein Trade, schön aus der tiefen Korrektur heraus, sind wir gestern schön ins Plus gelaufen. Herrlich, ich liebe solche Trades, man muss nur hinschauen. Hier nochmal der Blick in die Stunde hinein, ja, das ist das, was wir hier sehen, Schulter, Kopf, Schulter. Das sind die Tageshoch, die wir im Tagesschat gesehen haben, hier die Neckleinbruch drunter. Bilderbuchmäßig nochmal kurz der Test, hier dann die Bestätigung des Ganzen, zack, fertig, wunderbar. Deswegen schauen wir hier rein, deswegen machen wir das jeden Morgen und deswegen freue ich mich für alle, die die Chancen hier auch nutzen, das Ganze bei Tickmill mit anzuschauen. Es ist gratis für zu tollen Handelsideen und wer das Ganze sogar hier bei Tickmill tradet, hat wirklich super gute Chancen. Warum? Erstens, total geniale Konditionen. Zweitens, super Kursstellung. Drittens, man kann halt megamäßig gut das Ganze traden, weil wir können hier barrelweise kaufen. Das heißt, nicht wie beim Future 500 oder 1000 Fässer, nein, wir können schön skalieren. Jedes einzelne Fass, herrlich, das kann man wunderbar zum Portfolio Management nutzen. An dieser Stelle, danke für die Zeit. Fragen sehe ich jetzt keine. Heute allen einen entspannten und sehr erfolgreichen Donnerstag. Morgen geht es dann weiter. Freitag, wie immer, der große Marktcheck. Wir blicken auf die Indizes, wir schauen, was uns nächste Woche an den Märkten von der Nachrichtenseite her erwartet. Und im edukativen Bereich, da kümmern wir uns mal um das Thema, bin ich denn zum Daytrading geeignet? Also, alles wichtige Fakten. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich drauf. Tschüss.